Der Film mit wilden, blutdürstigen Indianern auf dem Kriegspfad. Oder lässt vielleicht eine zarte, innige Familiengeschichte ihr Herz höher schlagen. Du bist mein Vater und hast mich lieb, darum musst du ihn umlegen. Naja, ich bin dein Vater und ich hab dich lieb, also. Du hast ihn erschossen, Vati. Lassen Sie gewagte Reiterkunststücke erschauern. Alka-Wendler, bleib still, bleib still, du Luder, bleib still. Fesselt Sie vornehme Eleganz? Ja? Dann werden Sie McClintock treffen wollen und er wird Sie begeistern. Lieben Sie Menschen mit Zurückhaltung und Selbstbeherrschung? So, und jetzt werde ich dir erstmal Vernunft beibringen. Brussi, er ist ja schon wieder ganz vernünftig. Ja, keine Sorge, ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich habe in 40 Jahren meine Beherrschung nie verloren. Aber mein Lieber, du hast mit deinem Blödsinn die ganze Schweinerei hier verursacht. Durch dich wäre beinahe ein Mann aufgehängt worden. Niemand sollte dir in die Schnauze hauen, aber ich nicht. Ich nicht! Seit Jahren gab es, was sag ich, niemals vorher gab es so einen ausgelassenen Spaß. Eine Stadt gerät in Aufruhr, wenn sich John Wayne als McClintock einer temperamentvollen Frau mit feuerrotem Haar vor die Füße wirft. Und diese Dame ist niemand anders als Maureen O'Hara. George Washington! George Martin! Danke fürs Zuschauen, verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie fandet ihr das Video, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren.